Servus Arminian! Da wir uns leider nicht im Stadion sehen können, hoffe ich, dass ich drei von euch auf eine Runde FIFA einladen kann. Dazu müsst ihr nur hier bei diesem Post mit dem Hashtag zusammenzeit schenken kommentieren und dann freue ich mich auf eine Runde mit euch. Bis dann und viel Spaß dabei!